So Leute, jetzt zu der Philips. Die warten in einem 65er-Zoll-TV drin. Also dafür ist das eben Mini-Lautsprecher. Wenn man bedenkt, der TV im Hintergrund ist 60 Zoll. Und da sind so eine Mini-Lautsprecher drin. Das ist eigentlich echt schon eine Frechheit. Dass man nur sowas Winziges da einbaut. So, jetzt sehen wir auch. So, jetzt sieht man auch den Mini-Bass-Port. Also Lautstärke ist ganz okay. Dafür, dass die Provinziges sind. Aber für so einen großen TV können wir auch mehr Lautstärke erwarten. Klang nicht so okay. Einstichst nasser halt, ne? 73 Dezibel ist okay, aber da kann man nicht meckern an der Lautstärke. Tschüss, bis zum nächsten Video.